Wir haben mit unseren Ready-to-Use Services ein durchdachtes Gesamtkonzept für das Personalwesen entwickelt. Neben der weltweit führenden Software für Recruiting, Learning und People-Management stellen wir Ihnen erfolgskritische Serviceleistungen von der Erstimplementierung bis hin zur laufenden und proaktiven Betreuung als Gesamtangebot zur Verfügung. Mit den Ready-to-Use Services von LearnChamp profitieren Sie von vorkonfigurierten HR-Systemen und laufender Betreuung, in die unsere jahrelange Erfahrung eingeflossen ist. So können Sie rasch und mit geringem Risiko loslegen. Gemeinsam verbessern wir dann laufend Ihre Lösung und behalten dabei die Akzeptanz Ihrer Anwender immer im Blick. SAP SuccessFactors ist der unbestrittene Weltmarktführer für Personalmanagement-Software in der Cloud. Unsere SuccessFactors Ready-to-Use Services unterstützen Sie bei der Rekrutierung neuer Talente sowie beim Learning und Performance Management. Darüber hinaus erleichtern Sie Ihnen die Nachfolgeplanung und fördern den informellen Austausch mit Social Collaboration. Dank der vorkonfigurierten Best-Practice-Funktionalitäten können Sie SuccessFactors schnell im Unternehmen einsetzen. Auch danach sind Sie nicht auf sich allein gestellt. Wir unterstützen Sie und Ihr Team weiterhin und verbessern gemeinsam kontinuierlich Ihre Lösung. Totra LMS ist die führende Open-Source-Lernplattform für Unternehmen. Das intuitive Learning-Management-System überzeugt uns und bereits über 7 Millionen aktive User weltweit. Open-Source steht für Flexibilität und Kosteneffizienz. Unsere Totra LMS Ready-to-Use Services verbinden das mit der Sicherheit des Hostings in Deutschland, sowie umfangreichen Services, die Sie nachhaltig operativ entlasten. Nach der erfolgreichen Implementierung helfen wir Ihnen und Ihren Anwendern dabei, die Möglichkeiten des LMS voll auszuschöpfen. Wir betreuen Ihre Anwendung laufend und halten Sie mit Updates auf dem aktuellsten Stand. Die Ready-to-Use Services von LearnChamp sind genau dann das Richtige für Sie, wenn Sie von unserem Know-how und erfolgreichen Best-Practice-Modellen profitieren möchten. Denn eine erfolgreiche HR-Initiative besteht nicht nur aus guter Software und einer erfolgreichen Erstimplementierung, sondern erfordert ein durchdachtes Gesamtpaket. Wir freuen uns darauf, Ihre Personalprozesse und Systeme in die Zukunft zu führen. Besuchen Sie uns online oder sprechen Sie mich gerne persönlich an.